Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, der Idiot Nach dieser Aufforderung ließen sich plötzlich mehrere heftige Stimmen vernehmen. Rogoshins ganzer Trupp hatte schon lange auf die erste Herausforderung gewartet. Lebedjev flüsterte Rogoshin etwas mit besonderem Eifer ins Ohr. »Da hast du recht, du Büromensch,« antwortete Rogoshin, »da hast du recht, du Trunkenbold, ach, wir wollen's wagen.« »Nastasia Filipovna,« rief er, blickte wie ein Halbirrer rings um sich, wurde ängstlich und ging dann auf einmal wieder zu kühner Dreistigkeit über. »Da sind achtzehntausend Rubel!« Und er warf ein in weißes Papier eingewickeltes, kreuzweise zugebundenes Päckchen vor ihr auf das Tischchen. »Da! Und es kommt noch mehr!« Er wagte nicht zu Ende zu sprechen und zu sagen, was er wollte. »Oh, nein, nein, nein!«, flüsterte ihm von neuem Lebedjev mit ganz erschrockenem Gesicht zu. Man konnte merken, dass er über die Höhe der Summe erschrocken war und vorgeschlagen hatte, es mit einer beträchtlich geringeren zu versuchen. »Nein, nein, daran bist du nun schon ein Dummkopf, lieber Freund. Du weißt nicht, wen wir vor uns haben, und offenbar bin ich ebenso ein Dummkopf wie du.« Dies Letztere fügte Rogoschin hinzu, da er unter Nastasja Filipovnas funkelndem Blick zur Besinnung kam und zusammenfuhr. »Ach, ach, ich habe Unsinn geredet, weil ich auf dich hörte!«, fuhr er in tiefer Reue fort. Als Nastasja sein bestürztes Gesicht sah, lachte sie laut auf. »Achzehntausend Rubel bietet er mir! Da sieht man doch gleich den Bauern!«, fügte sie ungeniert und dreist hinzu und stand vom Sofa auf, als ob sie aufzubrechen beabsichtigte. Ganya beobachtete diese ganze Szene mit fast versagendem Herzschlag. »Also, vierzigtausend! Vierzig, nicht achtzehn!«, schrie Rogoschin. »Vanikap Dietzen und Biskup haben versprochen, bis sieben Uhr die vierzigtausend heranzuschaffen. Vierzigtausend! Bar auf den Tisch!« Die Szene wurde sehr widerwärtig, aber Nastasja Filipovna, statt wegzugehen, lachte immer weiter, als ob sie sie absichtlich verlängern wollte. Nina Alexandrovna und Varya erhoben sich gleichfalls von ihren Plätzen und warteten erschrocken und schweigend, was das für einen Ausgang nehmen würde. Varyas Augen funkelten, aber auf Nina Alexandrovna übte all dies physisch eine sehr üble Wirkung aus. Sie zitterte und drohte im nächsten Augenblick in Ohnmacht zu fallen. »Nun, wenn's nicht anders ist, dann hundert! Noch heute übergebe ich Ihnen hunderttausend Rubel! Petizen, sei mir behilflich, du machst aber einen guten Profit!« »Du bist verrückt geworden!«, flüsterte ihm Petizen zu, der rasch zu ihm herantrat und ihn am Arm fasste. »Du bist betrunken! Es wird nach der Polizei geschickt werden müssen! Wo glaubst du denn zu sein?« »Er ist betrunken und renommiert,« sagte Nastasja Filipovna, wie um ihn zu reizen. »Ich renommiere nicht! Das Geld wird da sein! Zum Abend wird es da sein! Petizen, sei mir behilflich, du alter Wucherer! Nimm dafür so viel du willst, aber beschaff mir bis zum Abend hunderttausend Rubel! Ich will beweisen, daß ich nicht kneife!«, rief Rogoschin verzückt und enthusiastisch. »Aber was soll denn das eigentlich bedeuten?«, rief Adalion Alexandrovich auf einmal in zornigem, drohendem Ton und ging auf Rogoschin zu. Die Plötzlichkeit, mit der sich der bisher so schweigsame Alte einmischte, hatte etwas sehr Komisches und man hörte auch wirklich lachen. »Wo kommt denn der her?«, fragte Rogoschin lachend. »Komm mit, Alter, da sollst du dich mal toll und voll saufen!« »Aber das ist ja eine Gemeinheit!«, rief Kolja, der vor Scham und Ärger geradezu weinte. »Ist denn kein einziger unter euch, der es fertigbringt, dieses schamlose Weib hinauszuschaffen?«, rief plötzlich, zitternd vor Zorn, war ja. »Also mich nennt man ein schamloses Weib,« entgegnete Nastasia Filipovna mit verächtlicher Heiterkeit. »Und ich, dumm wie ich bin, komme hierher, um die beiden Damen auf den Abend zu mir einzuladen. Sehen Sie, Gavrila Adarionovic, wie mich ihr Schwesterchen behandelt!« Ein Weilchen stand Ganya infolge der heftigen Worte seiner Schwester da, wie vom Blitz getroffen, aber als er sah, dass Nastasia Filipovna sich diesmal wirklich zum Fortgehen anschickte, stürzte er wie ein Rasender auf Varia zu und packte sie wütend bei der Hand. »Was hast du getan?«, schrie er und sah sie an, als ob er sie auf dem Fleck zu Asche verbrennen wollte. Er hatte vollständig die Fassung verloren und war fast von Sinnen. »Was ich getan habe? Wohin zerrst du mich? Du verlangst doch nicht etwa, dass ich sie um Verzeihung dafür bitten soll, dass sie deine Mutter beleidigt hat und hergekommen ist, um dein Haus zu beschimpfen, du gemeiner Mensch!«, rief Varia wieder und blickte ihren Bruder triumphierend und herausfordernd an. Ein paar Sekunden lang standen sie einander so Auge in Auge gegenüber. Ganya hielt immer noch ihre Hand in der Seinen. Varia suchte sich einmal und noch einmal mit aller Gewalt loszureißen, vermochte es aber nicht und spie plötzlich, ganz außer sich, dem Bruder ins Gesicht. »Ist das ein Mädchen!«, rief Nastasja Filipovna. »Bravo, Ptizen! Ich gratuliere Ihnen!« Dem so beleidigten Ganya wurde es schwarz vor Augen. Er verlor völlig die Herrschaft über sich und holte mit aller Kraft gegen seine Schwester aus. Der Schlag hätte sie sicherlich gerade ins Gesicht getroffen, aber plötzlich wurde Ganyas Hand durch eine andere festgehalten. Zwischen ihm und seiner Schwester stand der Fürst. »Hören Sie auf! Es ist genug!«, sagte er nachdrücklich, aber am ganzen Leibe wie von einer sehr heftigen Erschütterung zitternd. »Wirst du mir etwa immer im Wege sein?«, brüllte Ganya, ließ Vajas Hand los und versetzte in sinnloser Wut mit der freigewordenen Hand dem Fürsten mit aller Kraft eine Ohrfeige. »Ach!«, schrie Kolja und schlug die Hände zusammen. »Ach, mein Gott!« Von allen Seiten erschollen Ausrufe. Der Fürst war ganz blass geworden. Mit einem eigenartigen, vorwurfsvollen Blick sah er Ganya gerade in die Augen. Seine Lippen zitterten und strengten sich an, etwas zu sagen. Ein seltsames und ganz unmotiviertes Lächeln verzerrte sie. »Nun, wenn mir das auch widerfährt, aber sie, sie lasse ich nicht schlagen«, sagte er endlich leise. Aber seine Empfindungen wurden doch zu mächtig. Er wandte sich von Ganya weg, verbarg das Gesicht in den Händen, ging in eine Ecke, stellte sich mit dem Gesicht gegen die Wand und sagte mit fast versagender Stimme, »Oh, wie werden Sie sich Ihres Benehmens schämen!« Ganya stand in der Tat, wie vernichtet da. Kolja stürzte auf den Fürsten zu, um ihn zu umarmen und zu küssen. Nach ihm drängten sich Rogoschin, Varya, Petitsen, Nina Alexandrovna und alle anderen heran, selbst der alte Ardalion Aleksandrovich. »Es hat nichts auf sich, es hat nichts auf sich«, murmelte der Fürst nach allen Seiten hin, »immer noch mit demselben unmotivierten Lächeln.« »Und er wird es auch bereuen«, schrie Rogoschin, »du wirst dich schämen, Ganya, dass du ein solches Schaf«, er konnte kein anderes Wort finden, »beleidigt hast.« »Fürst, mein liebes Kerlchen, schere dich nicht um diese Bande, lass sie und komm mit mir. Da wirst du sehen, wie Rogoschin die Leute behandelt, die er gern hat.« Auf Nastasja Filipovna hatten Ganyas Tat und die Antwort des Fürsten ebenfalls einen tiefen Eindruck gemacht. Ihr meist blasses, nachdenkliches Gesicht, das die ganze Zeit über mit dem bisherigen gekünstelten Lachen nicht hatte harmonieren wollen, war jetzt augenscheinlich von einem neuen Gefühl erregt, jedoch wollte sie es nicht zeigen, und der spöttische Ausdruck bemühte sich gleichsam, auf ihrem Gesicht zu verbleiben. »Wirklich, ich habe dieses Gesicht schon irgendwo gesehen«, sagte sie dann ernst, indem sie sich an ihre frühere Frage wieder erinnerte. »Und Sie schämen sich auch nicht? Ist denn das Ihr wahres Wesen, wie Sie sich jetzt geben? Wie wäre denn das möglich?« rief auf einmal der Fürst im Tone ernsten, starken Vorwurfs. Nastasja Filipovna war erstaunt. Sie lächelte, aber nur, als ob sie etwas dahinter zu verbergen suchte. Dann richtete sie einen etwas verlegenen Blick auf Ganyas und verließ den Salon. Aber sie war noch nicht ins Vorzimmer gelangt, als sie plötzlich umkehrte, schnell an Nina Alexandrovna herantrat, ihre Hand ergriff und an ihre Lippen führte. »Ich bin ja wirklich nicht so, er hat es erraten«, flüsterte sie rasch und leidenschaftlich, und eine dunkle Röte übergoss auf einmal ihr ganzes Gesicht. Darauf kehrte sie um und ging diesmal so eilig hinaus, dass sich niemand in der Geschwindigkeit darüber klar werden konnte, weshalb sie eigentlich zurückgekehrt war. Sie hatten nur gesehen, dass sie Nina Alexandrovna etwas zugeflüstert und ihr, wie es schien, die Hand geküsst hatte. Aber Varya hatte alles genau gesehen und gehört und verfolgte sie erstaunt mit den Augen. Ganyas kam zur Besinnung und stürzte zu Nastasja Filipovna hin, um sie hinaus zu begleiten, aber sie war schon aus dem Zimmer. Er holte sie auf der Treppe ein. »Begleiten Sie mich nicht weiter«, rief sie ihm zu. »Auf Wiedersehen heute Abend. Ich erwarte Sie bestimmt, hören Sie?« Verwirrt und nachdenklich ging er zurück. Ein schweres Rätsel lastete auf seiner Seele mit noch schwererem Druck als bisher. Auch an den Fürsten musste er denken. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er kaum bemerkte, wie Rogoshins ganze Rotte, die hinter ihrem Anführer her eilig die Wohnung verließ, sich an ihm vorbei wälzte und ihm in der Tür sogar ein paar Stöße versetzte. Alle redeten laut miteinander. Rogoshin selbst ging mit Petizen und besprach mit ihm eifrig eine wichtige und anscheinend unaufschiebbare Sache. »Du hast das Spiel verloren, Gagnar«, rief er ihm im Vorbeigehen zu. Gagnar sah ihnen beunruhigt nach. Der Fürst hatte den Salon verlassen und sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Unmittelbar darauf kam Kolja zu ihm gelaufen, um ihn zu trösten. Der arme Junge schien sich jetzt gar nicht mehr von ihm losreißen zu können. »Sie haben gut daran getan, dass Sie weggegangen sind«, sagte er. »Da wird jetzt der Wirrwarr noch ärger werden als bisher. Jeden Tag geht es bei uns so zu, und all das hat uns diese Nastasia Philippowna eingebrockt.« »Da bei euch hat sich viel Krankheitsstoff angesammelt, lieber Kolja«, bemerkte der Fürst. »Jawohl, viel Krankheitsstoff. Aber wir dürfen uns nicht einmal darüber beklagen. Wir sind selbst an allem schuld. Ich habe jedoch einen sehr guten Freund, der ist noch unglücklicher. Ist es Ihnen recht, dass ich Sie mit ihm bekannt mache?« »Sehr recht.« »Ist er Ihr Schulkamerad?« »Ja, beinahe, mein Schulkamerad. Ich werde Ihnen das alles später erklären. Aber schön ist Nastasia Philippowna, meinen Sie nicht auch? Ich hatte sie noch nie gesehen, obwohl ich mich sehr darum bemüht hatte. Sie hat mich geradezu geblendet. Ich würde meinem Bruder alles verzeihen, wenn er sie aus Liebe nähme, aber dass er es um des Geldes willen tut, das ist hässlich. Ja, Ihr Bruder gefällt mir nicht sonderlich. »Na, wie wäre das auch möglich? Wie sollte er Ihnen gefallen, nachdem...« Wissen Sie, ich bin empört, dass die Leute über diese Dinge so verschiedener Meinungen sind. Irgendein Irrsinniger oder ein Dummkopf oder ein Bösewicht gibt jemandem eine Ohrfeige. Und da ist nun der Betreffende für sein ganzes Leben entehrt und kann die Schmach nur durch Blut abwaschen oder dadurch, dass der andere ihn auf den Knien um Verzeihung bittet. Nach meiner Ansicht ist es abgeschmackt, ein despotischer Zwang. Auf dieser Anschauung beruht Lermontovs Drama der Maskenball, meiner Ansicht nach ein dummes Stück. Das heißt, ich will sagen, ein unnatürliches Stück. Aber er war ja beinahe noch ein Kind, als er es schrieb. »Sehr gut gefällt mir Ihre Schwester.« »Wie sie Ganya ins Gesicht gespuckt hat.« »Ja, Varya ist tapfer.« »Aber Sie haben ihm nicht ins Gesicht gespuckt. Und ich bin doch überzeugt, dass Sie es nicht aus Mangel an Mut unterlassen haben. Aber da ist sie selbst, der Wolf in der Farbe. Ich wusste, dass sie kommen würde. Sie hat einen anständigen Charakter, wenn sie auch ihre Fehler besitzt.« »Du hast hier nichts zu suchen,« fiel Varya zuerst über Kolja her. »Geh zum Vater!« Belästigt er sie, Fürst? »Durchaus nicht. Im Gegenteil.« »Na also, was redest du, verehrte ältere Schwester?« »Das ist so eine hässliche Eigenschaft an ihr.« »Übrigens dachte ich, der Vater würde bestimmt mit Rogoschin weggehen.« »Wahrscheinlich bereut er jetzt schon, es nicht getan zu haben. Ich will mal sehen, wie es mit ihm zusehen, wie es mit ihm steht,« fügte Kolja hinzu und ging hinaus. »Gott sei Dank! Ich habe Mama fortgebracht und veranlasst, sich ins Bett zu legen und es ist nichts weiter vorgekommen. Ganya ist verlegen und sehr nachdenklich und er hat auch allen Grund dazu. Was hat er da für eine Lehre erhalten? Ich bin hergekommen, um Ihnen noch einmal zu danken, Fürst, und Sie zu fragen, »Hatten Sie Nastasia Philippowna vorher noch gar nicht gekannt?« »Nein, noch gar nicht.« »Wie kommen Sie dann dazu, ihr gerade ins Gesicht zu sagen, dass das nicht ihr wahres Wesen sei?« »Und Sie haben, wie es scheint, damit das Richtige getroffen.« »Sie ist vielleicht wirklich anders, als sie scheinen wollte.« Übrigens werde ich nicht aus ihr klug. Sie beabsichtigte sicherlich, uns zu beleidigen, das ist klar. Ich habe auch früher schon manches Seltsame über sie gehört. Aber wenn sie hergekommen war, um uns einzuladen, wie konnte sie sich dann zuerst gegen Mama so benehmen? Petizen kennt sie ganz genau, aber er sagt, er habe ihr Verhalten vorhin auch nicht verstehen können. »Und wie benahm sie sich gegen Rogoshin?« »So darf man doch nicht reden, wenn man selbst Achtung besitzt. Noch dazu im Hause des eigenen...« »Mama ist ebenfalls um Sie sehr beunruhigt.« »Es hat nichts auf sich«, erwiderte der Fürst mit einer geringschätzigen Handbewegung. »Und wie sie ihnen gehorchte?« »Inwiefern gehorchte?« »Sie sagten ihr, sie solle sich schämen und darauf änderte sie sofort ihr ganzes Benehmen.« »Sie üben auf sie einen gewaltigen Einfluss aus,« Fürst fügte Varya mit einem leisen Lächeln hinzu.« »Sie sagten ihr,